Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Rezept und zwar die grünen Makkalgen und das ist nicht wieder irgendwie so ein sinnfreier Begriff, den es bei mir natürlich nie auf dem Kanal gibt, sondern diesmal besteht aus Grün, Makka und Algen. Ich habe das deshalb genannt, weil die 3 Zutaten jetzt nicht so typisch sind für Riegel und entsprechend sind das die grünen Makkalgen. Und nachdem ihr jetzt gelernt habt, dass wir jetzt die grünen Makkalgen machen, geht es auch schon zum Rezept. Wir fangen an mit 200g gefrorenen Himbeeren. Die habe ich jetzt schon abgemessen. Ihr könnt die natürlich vorher ein bisschen einweichen lassen, dann ist natürlich noch besser. Ansonsten selbst so wie die jetzt sind, nehmt ihr einfach die Hand und zerdrückt diese einzelnen Beeren, zerdrückt ihr, dass ganz viele von diesen kleinen Dingern dann übrig bleiben. Also einfach mit der Hand zerdrücken. So nachdem ihr sozusagen die Himbeeren zerdrückt habt, ich habe schonmal hier ein bisschen Backpapier, wo ich das dann drauf mache und ich probiere mal die auch vielleicht in solche Firmchen mit rein zu machen, aber das heißt nachher, nehmt ihr 30g Cranberries. So 30g Cranberries und die schneidet ihr dann, also hackt die quasi. Wenn ihr natürlich Cranberries mehr mögt, dann macht mehr rein. Dann wird das halt alles ein bisschen säuerlicher und wenig süßlicher. Generell ist das ein relativ abgerundeter Riegel. Das ist natürlich wie ein Riegel, den ich nachgemacht habe, von einem anderen Riegel, den ich irgendwo gelesen habe und dann ein bisschen abgewandelt habe. Zum Beispiel eben die Cranberries rein und dann tut ihr die Cranberries quasi mit zu den Himbeeren. So und danach nehmt ihr Datteln. So ungefähr 100g. Das sind in dem Fall jetzt 10 Datteln ungefähr. Die schneidet ihr ebenfalls klein. Das Ganze geht natürlich auch komplett ohne Datteln. Wer keine Datteln mag, weil die vielleicht zu süß sind oder so, der kann das Rezept dann halt ohne Datteln machen. Da macht ihr ein bisschen mehr Reissirup dann rein oder anderes Zeug, was ein bisschen klebt. Oder wer die Fruchtsüße nicht mag und lieber Haushaltszucker mag, der macht halt Haushaltszucker rein. Oder wer lieber Cyan-Kali nimmt, nimmt Cyan-Kali. Je nachdem, nach persönlichem Geschmack, macht ihr auf jeden Fall das relativ klein, damit das schön alles dann auch zu einer Masse geformt werden kann. So machen wir die Datteln rein. Nach den Datteln machen wir jetzt rein. 60g Reissirup. Ihr seht das war eine schöne klebrige Angelegenheit. 60g Reissirup lässt sich so besser machen. So. 60g Reissirup. Als nächstes nehmen wir 50g gemahlene Haselnusskerne. Kann ich eigentlich das selbe Prinzip weitermachen. So 50g Haselnusskerne. Danach nehme ich 40g Hanfprotein. Ihr könnt wirklich auch Erbsenprotein nehmen oder was anderes, eine andere Proteinquelle. Ich nehme jetzt hier in dem mal Hanfprotein, weil es geschmacklich auf meiner Wellenlänge ist. 40g Hanfprotein. Jetzt kommen 60g Mandeln rein rein. Ich habe hier gestückelt die genommen. Unten 26, 60g. 86g. So. Danach 40g Kakao. Kakao eurer Wahl. Oder nehmt einfach nur Kakaopulver oder Karob, was euch dann halt beliebt. So. Nachdem wir den Kakao haben, machen wir 30g Kokosöl. So. Nach den 30g Kokosöl kommt 20g Maca. Maca. Maca ist nicht Matcha. Maca ist Matcha. Ihr nehmt Maca. Maca ist übrigens noch teurer. Maca ist auch relativ teuer, aber jetzt nicht so. So. Dann macht ihr 20g rein. Der gibt halt so ein richtig geiles Aroma. Also 20g Maca. Dann 10g Flohsamenschein. Flohsamenschein mache ich rein, vor allem weil das halt schön aufgefällt und das man da satt wird. Dass man nicht ewig viel davon essen kann und entsprechend mache ich immer Flohsamenschalen rein. Ja. Das waren die Flohsamenschalen. Die kommen mit 13g und dann kommen noch 2g Kelbpulver rein. Für die Jodversorgung quasi. Und das ist alles so ein bisschen. Ja. Das gibt halt so eine ganz spezielle Note. Wenn man halt Algen rein macht. So. Das waren jetzt 3g oder sogar 4g. Aber drauf geschissen. Normalerweise macht ihr 2g rein. Messt es besser ab. Oder es fällt halt rein. Das ist dann euer Problem. Wie jetzt das mein Problem ist. Und zum Schluss kommen noch 2g grüner Tee. Und grüner Tee. Den könnt ihr direkt mit den Fingern so zerraspen und drüber machen. Das sind auch ein paar größere Stücke dabei. Aber drauf geschissen. Richtig schönen grünen Tee rein machen. Wenn ihr den da direkt noch frisch mit der Hand zermalt, kommt dann sicher viel besseres Aroma da rum. Richtig schönen grünen Tee. Und lasst euch nicht von Leuten einreden, dass das giftig oder gefährlich ist. Das ist in kleinen Mengen absolut in Ordnung. Nehmt möglichst Bio grünen Tee logischerweise wenn ihr den so esst. Und das war's. Und diese ganze Pampe tut ihr dann quasi entweder mit einem Löffel oder mit den Fingern. Also ich bin immer der Fingermann. Nehmt euch Zeit, seid wirklich sinnlich dabei bei der ganzen Sache. Weil es hört sich zwar manchmal blöd an, aber wenn man mit Liebe seine Speisen zubereitet, dann ist eine gewisse Energie am Werk. Und diese Energie die findet sich dann auch in den Speisen dann wieder. Ich weiß es klingt alles ein bisschen spirituell, ein bisschen beschissen, aber ich habe die Erfahrung wirklich gemacht und ich kann es wirklich nur genau so wiedergeben wie ich dann eben die Erfahrung gemacht habe. Und wenn ihr dann irgendwann die Masse fertig habt, verteilt ihr die dann entsprechend auf euer Backblech in Riegeln, in kleine Klöße, in einen großen Braten oder in was auch immer. Ich werde das hier wie immer in kleine Riegel machen, in sozusagen kleine grüne Kalgen Riegel und ich werde mal probieren das hier rein zu machen. Das Zeug kannst du natürlich direkt schon so essen. Du musst es nicht zubereiten, du musst es nicht backen. Ich backe es jetzt noch, aber es ist überhaupt nicht notwendig. Das ist eine zähe Masse, die man durchaus direkt so anbieten kann. Aber wenn er gebacken ist, dann entsteht halt noch eine Kruste außen rum. Und das ist natürlich noch mal so ein bisschen ein kleiner Zusatzeffekt, den ich persönlich sehr gut finde. Aber man kann es auch so frisch präsentieren. Und das soll es gewesen sein. Vielleicht zeige ich euch, also wenn ihr es backt, ich backe es 2 Stunden bei 100 Grad und wenn ihr es schneller wollt, dann halt schneller, aber dann hat es für mich die richtige Konsistenz. Und dann hat es so eine Art pulvrige, also außen knusprig und innen immer noch ein bisschen weich. So mag ich es am liebsten. Das sollte es gewesen sein. Wie gesagt, die sind wirklich der Hammer. Also nicht irgendwas hingerotzt oder sowas, sondern ich habe die auch lange dran gefeilt und deswegen hoffe ich, dass sie euch natürlich schmecken. Geschmack ist immer unterschiedlich. Aber vor allem die interessante Kombination von Macca, von den grünen Tee und von den Algen. Das ist so eine Sache wo man merkt, oh in dem Riegel ist irgendwas geiles drin, aber man weiß nicht genau was. Also von daher viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Und wer noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tote kristallisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit mir bei meinen anderen Projekten zu folgen und das zum einen natürlich meine Homepage wo quasi die Quintessenz aller YouTube Videos und Facebook festgehalten wird in den veganen Säulen, die ich mir aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Desweiter natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen, das findet ihr in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.